Ja, liebe Zuschauer, der Lutz, der hat heute ein ganz, ganz scharfes Auge und Sie sehen vielleicht, dass wir uns hier in wunderschönen Orten befinden, beziehungsweise, dass das Wasser da ist, genau das, was wir uns zum Sommer wünschen, liebe Zuschauer. Und gerade so im Sommer, da entdeckt man ja auch wieder die Passion, was draußen zu machen. Und da entdeckt man auch wieder die Passion, die einen oder anderen Hobbys aufleben zu lassen, die man vielleicht früher mal hatte. Und hier haben wir was für richtige Männer, liebe Zuschauer. Ein Fernglas der absoluten Extraklasse, wo man alles super scharf im Blick hat und wo man vor allem jetzt wieder alte Liebschaften aufwecken kann. Und da spreche ich jetzt nicht von mir, sondern von dem Wasser, liebe Zuschauer, denn das ist ein ganz besonderes Fernglas, das wir hier zeigen dürfen. Ja, genau, das ist nämlich was wirklich für Nautiker. Also zum einen geht es schon mal damit los, dass es extrem robust ist und vor allen Dingen, haben Sie das hier schon gesehen? Ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Hier habe ich ein OLED-Display drin. Ich muss es aber einmal rumdrehen, glaube ich, damit Sie das auch lesen können. Und da habe ich nämlich jetzt zum Beispiel, da kann ich die Anzeige durch wechseln, da sieht man jetzt die Neigungswinkel. Das heißt, ich kann es zum Beispiel auch ganz genau sehen, jetzt hier und unten, das haben wir auch, das ist ein Kompass, schauen Sie sich das mal an. Das kann ich alles hier jetzt ablesen an diesem kleinen Display und jetzt schalte ich einmal durch hier. Da sehe ich zum Beispiel dann auch den Luftdruck. So, nochmal drücke ich drauf, dann sehen wir die Höhe. Also hier, Bugingen, 236 Meter über dem Meeresspiegel. So, und die Temperatur, 25 Grad, 24,5, sowas schwankt hier so ein bisschen jetzt hin und her. Also hier, das ist jetzt der Neigungswinkel. Das heißt, ich kann auch immer exakt sehen, wie ich mein Fernglas ausgerichtet habe. Das Display ist jetzt deswegen hier so auf dem Kopf, weil ich muss es ja von hier aus ablesen können. Von daher, das passt schon, liebe Zuschauer. Aber das allerbeste ist, das ist jetzt nicht nur ein Fernglas mit siebenfacher Vergrößerung, sondern das ist jetzt auch wirklich speziell für uns Seefahrer ausgelegt. Denn, schauen Sie sich das hier mal an. Schwimmt oben. Schwimmt. Das heißt also, wenn du jetzt wirklich mal segeln gehen solltest, ich meine, toll, 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 es möge ja nicht passieren, aber man muss da ja immer mit allem rechnen können, soll das Fernglas ja jetzt nicht auf den Grund des Meeres sinken, sondern, wenn es denn schon über Bord geht, vielleicht auch zusammen mit dir, dass du dann das immer wieder finden kannst. Oder eben halt vor allen Dingen natürlich, dass es auch nicht innen nass wird. Das ist eben jetzt das Entscheidende. Schau dir das mal an. Das ist Helium gefüllt. Das Ganze ist Helium gefüllt. Bedeutet vor allen Dingen auch, dass die Linsen nicht beschlagen können. Weil, schauen Sie sich das mal an hier. So, bitte schön. So, da. Nichts beschlagen, obwohl es nass ist. So, und nochmal hier. Klatsch. Haha, ist das genial oder ist das genial? Ich bin wieder aufgetaucht, liebe Zuschauer. Mit einer Packung Küchenpapier, beziehungsweise einer Rolle Küchenpapier. Ist ja klasse gemacht. Also das ist wirklich Premium-Qualität, die Sie hier bekommen, liebe Zuschauer, bitte. Du hast ansonsten da in der Tasche auch noch ein trockenes, falls du magst. Weil die Tasche, die gehört ja auch gleich mit dazu. Das kommt alles im gesamten Paket. Kommt alles komplett dazu. Und du hast vor allen Dingen Brillenträger Ahoi. Auch einen Dioptrien-Ausgleich. Also auf der rechten Seite, minus 5 bis plus 5. Da kann man das auch einstellen. Dass man eben halt jetzt zum Beispiel hier, ich für mich, also ich stelle hier oben scharf. Und dann mit dem rechten, hier sehen wir das jetzt auch sehr schön, kann ich das Ganze nochmal ausgleichen. Da ist unten hier auch übrigens, jetzt muss ich es noch einmal rumdrehen. Also das ist ja alles jetzt für mich ausgerichtet. Genau, dass man hier jetzt dann auch noch einstellen kann, minus 5 bis plus 5 Dioptrien. Da sehen wir es hier unten auch noch mit der Beschriftung. Einfach absolut genial gemacht, oder? Das ist ja der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Also ich sehe damit alles gestochen scharf. NX 7518 und die 569. 161,41 Euro. Das ist ja absolute Weltklasse. Hammer. Vor allem wie gestochen scharf man hier alles sieht. Und man merkt halt auch richtig, dass das Profi-Qualität ist, die Sie hier bekommen. Liegt richtig gut in der Hand. Ganz, ganz schön gemacht, liebe Zuschauer. Qualitativ sehr hochwertig. Und für 161,41 Euro auch schon versandkostenfrei. Ich gehe mal noch ein Stück weiter weg und versuche mal, von der größtmöglichen Entfernung die Bestellnummer abzulesen. Da muss ich jetzt natürlich mal schauen, wie viel Spielraum wir hier haben. So. Ich finde das sowas von cool. Habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich mal ein Marine-Fernglas. Übrigens 7 mal 50 bedeutet, was da gerade eingeblendet wird, also siebenfache Vergrößerung. Und die 50 steht für den entsprechenden Öffnungsgrad der Linse. Das heißt, da haben wir hier 50 Millimeter. Und das bedeutet natürlich vor allen Dingen, dass es extrem lichtstark ist. Wir haben nämlich hier eine Dämmerungszahl von 18,7. Bedeutet, selbst wenn es jetzt schon fast kurz vor knapp stockenluster ist, können Sie hier in der Dämmerung immer noch wunderbar mit sehen. Weil wir haben auch eine extrem hohe Transmissionsrate, 91 Prozent. Also 91 Prozent des Lichtes, das hier vorne eintritt, kommt am anderen Ende bei Ihnen hier wieder raus und trifft damit ins Auge. Das heißt also wirklich auch bei ganz wenig Licht hervorragend zu erkennen alles noch. Und wir haben auch eine hochwertige Beschichtung der Linsen hier, dass die also wirklich auch sehr, sehr gut geschützt sind. So eine Mehrschichtvergütung. Also und genau, das muss ich auch noch mal ganz kurz noch mal erwähnen, auch ein extrem breites Sichtfeld. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Weil also du hast ja unterschiedliche Blickwinkel sozusagen bei diesen Ferngläsern. Je nachdem, wie viel du auf, sagen wir mal, das wird immer auf 1000 Meter gerechnet, wie viel Meter Breite man da noch erkennen kann. Und da sind wir jetzt bei dem hier bei 131 Meter. Das ist wirklich extrem viel. Also Breite 131 Meter auf 1000 Meter Entfernung gerechnet, was du siehst. Und natürlich hier auch Augenabstand kann man hier, da sieht man es jetzt nur, muss ich mal so ein bisschen drehen, kann man natürlich alles variieren. Also das ist wirklich ein hochprofessionelles Gerät hier. Und dabei ist es trotzdem schön kompakt, liegt sehr gut in der Hand. Also das ist, also so geht Fernglas, weißt du, das macht was. So geht Fernglas und liebe Zuschauer, so geht Pearl TV. 161,41 Euro, Versandkosten frei mit der Bestellnummer NX 7518 und der 569 OLED-Display. Sprich, ein richtig kontrastreiches Display, das Sie auch bei jeder Sonne, egal welchen Wetterbegebenheiten, immer alles ablesen können. Die ganzen Informationen, die wir da eben gesehen haben, sei es die Neigung, die man da hat oder zum Beispiel auch die Höhe, auf der man sich befindet. Ich muss Ihnen sagen, so ein wasserdichtes Marine-Fernglas kostet im Handel, Sie haben es schon gesehen, oder? 500 Euro. Das ist ein Schatz, liebe Zuschauer, das ist ein Schatz, den Sie sich hier für 161,41 Euro bestellen. Und wie schön ist das doch, die Kinder einfach mal bei dem Wetter wieder nach draußen zu bekommen. Und zu sagen, Mensch, wir ziehen jetzt mal mit dem Fernglas los und entdecken jetzt verschiedene Abenteuer. Und schauen jetzt einfach mal in die große, weite Welt hinaus. Das ist was ganz Besonderes, was vor allem auch Generationen verbindet. Und hier haben Sie einen Schatz zu einem Spitzenpreis, wo man einfach zugreifen muss, zuschlagen muss und sich selbst an dieser Stelle auch beschenkt. Übrigens, das Ganze kann man natürlich für Marineeinsätze nutzen, im Wasser zum Beispiel, kann man aber selbstverständlich auch mal im Wald, in der Badewanne, ganz genau, wo Sie wollen, zu Einsatz bringen. Fantastisches Produkt zu einem Spitzenpreis, übrigens brandneu, da gleich in die Leitung gehen und zugreifen und den Sommer und das Wasser in vollen Zügen genießen. Danke.